Was kostet der Bau des Commerz-Banktowers in Frankfurt? 65 Stockwerke. Du musst auch noch was sagen. Ich kann dir nicht alles alleine rechnen. Weißt du noch, was die Apple-Zentrale gekostet hat? Das ist auch wieder ein Bürogebäude. 150 Millionen, ne? Weniger als Babyshaus, Augenquadratmeter. Wieso kann das Babyshaus? Das ist eine gute Anlage. Kann man machen. 60 Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro. Kann man. Kann man machen. Ist nicht. Da haben wir alles richtig gemacht. Ja, ich denke, damit kennt ihr euch aus, oder? Wer ist diese Bibi überhaupt? Eine YouTuberin. Ich guck an YouTube. Was guckst du denn? Netflix. Netflix, okay. Und TikTok. 34 Millionen Mark. 327 Millionen D-Mark. Circa 600 Millionen Mark. Das kann ich sagen. Heute hasse ich meine Schwester.